So Freunde, auf geht's zur nächsten Runde Resident Evil Teil 3. Nachdem wir ja letztes Mal uns den Wolf gesucht haben, was die Zange angeht. So, hier ist der Speicherpunkt, hier fangen wir wieder an. Hier können wir wieder was lesen. Okay. So, wir haben die Zange das letzte Mal gefunden. Können jetzt auch irgendwelche Kästen öffnen. Äh, nicht Kästen, Gitter. Ach Gott, Ketten. Entschuldigung, also wenn ich schon so anfange, ist das unglaublich. Also, wir können mit der Zange auf jeden Fall Ketten öffnen. So, von da kommen wir, glaube ich. Wohl, wir können da mal runter, wir gucken mal. Ich hab's nämlich selber nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Doch, genau. Hier waren wir schon. Also, gehen wir wieder nach oben. Wer liegt da weiter faul rum? Genau. So, haben wir denn hier noch irgendwas zu aktivieren? Nö. Oh, hier stinkt's, ja? Riecht wie... Ach, ich will gar nicht drüber nachdenken. Hm. Die Kaka. Riecht bestimmt wie Kaka. So, jetzt wieder das Rätsel, was ich schon lange im Kopf habe. Hier sind ja diese grünen Pflanzen. Und sie nimmt die grünen Pflanzen, wird von Zombies gebissen, futtert die und alles ist gut. Da frage ich mich, warum hat nicht jeder in der Bevölkerung so eine grüne Pflanze? Das ist doch faszinierend, oder? Ich meine, ihr Kompagnon wurde vorhin, ähm, gefangen, gefressen. Und den Zombies wurde zum Zombie. Hat auch gesagt, sie soll sich verkrümeln. Hät sie ihm die Pflanze gegeben, hätte er überlebt. Ich weiß nicht, was ich in dem Spiel ein bisschen komisch finde. Das ist, was hier so stinkt, dass er verwehst und vergammelt. Ja. Schatulle. So. Gucken wir mal rein, was ist denn drin in der Schatulle? Schatulle sieht wieder an, speziell bestätigen. Achso, jetzt müssen wir wieder irgendwas loswerden, ne? Hm. Können wir denn irgendwas kombinieren? Nein, die Schatulle. Irgendwas müssen wir ja... Inventar ist voll. Irgendwas müssen wir rausschmeißen, was wir nicht brauchen. Ah, Mensch. Ich raff's nicht. Ich drücke mal die rechte Maustaste, dann geht's ja natürlich aus dem Menü raus. Ich wollte eigentlich... Quasi die... Was ist denn das hier? Da muss ich halt so ins Inventar ohne Schatulle, das ist auch doof gemacht. So. Kombinieren. Okay. Ist doch Sturmgewehrmunition, warum kann ich denn die Waffe nicht damit laden? Warte mal, ich tausche mal kurz... Die Waffe... So. Ausrüsten. Dann gehen wir mal auf Nachladen. So. Muss ja noch eigentlich wieder Platz haben, ne? Ne. Und noch 18 Schuss, okay. Ja, dann müssen wir uns entscheiden, was machen wir? Kombinieren. Kann man die mit der grünen kombinieren? Jo, gemischte Kräuter. Das hat funktioniert. Jetzt haben wir wieder einen Platz frei. Ich hoffe, die Schatulle passt da rein. So. Ja, hat geklappt. Jetzt untersuchen wir die mal. Gucken, was in der Schatulle drin ist. Oh, Dietrich. Das ist ja nice. Sehr schön. Dietrich ist immer gut. So. Shift bewegen. Ne. Alles klar. So. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir da reingekommen in das Spiel. Aber okay. Es gibt Schlimmeres. Hier geht es nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir Dietrich anwenden können. Ja, das geht. Oh, das ging aber fix. Oh. Alter, diese Pflanze. Ach, du Scheiße. Was soll ich da jetzt machen? Alter, was hat sie denn da... Wie kann sie denn irgendwie hier so eine Mixtur nehmen? Und? Ach, widerlich. Ach. War wirklich widerlich. Scheiße, Spinn, ne? Ach, der krieg ich auch eingezogen, okay. Ich hab mir gedacht, die anderen kriegen dann eingezogen. Super. Okay, ich schaff' das. So, Strom ist wieder an. Alter, ist ja echt widerlich, was hier rumkrabbelt. Spinn oder so, ne? Widerlich. Aber wie sagt man mal so schön? Lieber widerlich als wider nicht, ne? So, zwei von vier. So, wie komme ich hier rüber? Alter, wie viel gibt's denn davon? Okay, jetzt müssen wir schon wieder auf Pistole umstellen. Ne, wenn wir da nicht weiterkommen, muss es einen anderen Weg geben. Oder können wir uns den Weg mit dem Messer freischneiden. Oh, wie viel komm' denn davon? Ne, ist auch richtig. Ne, das wird wohl nix. Hier ist doch was, achso, die Grünpflanze war aber nur von der anderen Seite, ne? So, jetzt muss man mal überlegen. Gehen wir mal ein bisschen langsamer. Können wir hier hochklettern? Ne. Was ist mit der Seite? Können wir uns da irgendwie ein Loch reinschneiden? Ne. Können wir mal was versuchen. Untersuchen. Schade, dass wir den Bolzenschneiden hier nicht benutzen können. So, wir können nicht rüberklettern. Wir können aber auch nicht springen. Gar nix. Gehen wir mal weiter weg und versuchen da mal was. Ja, mit Wässer natürlich nicht. Hat er denn hier irgendwas? Ne. Okay, hier waren wir schon. Das ist klar. So, und da müssen wir hin und ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ist ja echt ärgerlich. Und hier wenigstens so ein Spree oder so rumliegt, wo wir die Pflanzen mit bekämpfen könnten. Ah, hier geht's auch rein. Ach nee, warte mal, von da komme ich doch. Ja, ich bin ja auch ein Schlumpf. Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay, jetzt schauen wir mal. Hier sind wir ja noch nicht gewesen. Sehr gut. Jawohl. Drei von vier. Ah, hier können wir auch klettern, okay. Ich vermute mal, dass wir das dann umgehen können, das Ganze. Frage, da eine Notiz. Ja, ich denke mal, hier kommen wir auf jeden Fall zu der vierten Stromversorgung. Jawohl. 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 Alter. Ich kann mich nicht wehren. Oh, ich kann mich nicht wehren, ey. Wo ist die Leiter? Muss weg hier. Aber warte mal. Wir müssen ja... Wir müssen ja... Ja, Parasit, ja, super. Ah, das passt. Alles klar. Alles klar. Alles klar. So, komm. Lauf. Lauf. Ich will keine Zeit, um immer nur zu gucken. So, hier lang. Ne, weiter. Ein bisschen laufen, 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 laufen. Gar nicht hier stehen bleiben. Das sind diese scheiß Leiter jetzt. Oh Mann, ey. Das finde ich viel schlimmer, als vor dem Typen da vorne wegzulaufen. Ah, hier ist die Leiter. So, Leiter rauf. Die Leiter runter. Ja. Ich muss doch irgendwann mal aufhören, die können doch nicht hier... 10.000 Spinnen schicken. Ich glaube, man schweizweig. Irgendwo reicht's ja wohl mal. Ähm. Finde ich natürlich wieder nicht zurück, ich blöd Mann. Aber warum nützt ich nicht einfach die Karte? Nochmal M. So, wo sind wir denn komplett durchsucht? Ja. Wir sind hier. Hier ist die Schaltzentrale. Hier müssen wir wieder hin. Also. Hier runter. Okay. Das müsste, glaube ich, passen. Wenn hier wieder lang. Hier lang. Jo, alles klar. Prima. Alles klar. Boah. Das war ja krass. Okay. Jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Geh, Frau. Oh, oh. So, komm, wir gucken mal, was unsere Energie macht. Warnung. So, das kann man benutzen. Ah, super. Ey, das war ein Krampf. Kann man nix machen, Hauptstromschalter hat sie angestellt. Okay, wir speichern die erstmal. Mann, Mann, Mann. Das war eine harte Nummer, sag ich euch. Unglaublich. So, weiter geht's. Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerksystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay. Ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse Partner. Einen Schritt voraus. Wer nicht dein Partner. Würde ich auch einen Dietrich verwenden? Jo. Ah, Pistolen-Munition. Sehr gut. Jawoll. Also, wir haben jetzt den Dietrich und wir haben die Zange, um die Ketten zu öffnen. Das ist immer nice. So. Kann man nachladen. Liegt hier noch irgendwas rum? Aber ziemlich ruhig jetzt auf der Straße. Oder täuscht das? Alter, das hat ich getäuscht. Oh, wo sollen wir denn jetzt hin? Kommt der Typ hier rein oder nicht? Hört sich so an, als wenn er angelaufen kommt. Wo ist er denn jetzt? Ach, der läuft da links rum, also kommt er nicht ins Gebäude. Verstehe ich das richtig, ja? Okay. Der ist ja doch da. Ah. Jetzt kommt der hier auch rein. Das überlebe ich doch gar nicht. Ich kann aber auch nicht fliehen, ne? Woll, jetzt läuft der da drin rum. Und nun? Also. Das überlebe ich selbst. Ja, ich mache jetzt viel müh. Also entweder ich komme hier nicht mehr lang oder ich muss hier irgendwann. Wenn ich den jetzt funken oder so, ne. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Also am Anfang fand ich den auch, naja, halt alles vorprogrammiert, ne. Wir gucken mal, ob wir nicht doch hier abhauen können, weil da ist ja einiges vorhin zusammengestürzt, als wir den Strom angeschaltet haben. Ne, hier sind ja wieder die Spinnenviecher. Macht's ja auch nicht besser. Na. 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 da ist eine pflanze die wir nehmen können wir schon eingesammelt lauf 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 wir haben keine chance dass wir müssen wieder zurück in die hülle des löwen hier geht es ja auch nicht weiter das ist jetzt eine echt mega miese situation was sagt die karte eigentlich die ecke haben wir noch gar nicht entdeckt ok also noch nicht untersucht wir speichern jetzt noch ab sicher ist sicher dann gehen wir noch mal raus jetzt sind wir hier draußen schon wieder er scheiße man lässt mich doch zufrieden da musste ja mal ein gleichwertiges opfer da das überlebe ich doch nicht mal gut dass gespeichert habe los kommen jetzt jetzt können wir abbauen glaube ich ja jetzt hier ab genau von da kommt er nämlich auch los lauf 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 ich hoffe der kommt uns nicht hinterher alter ist das eine scheiße hier fehlt mir auch noch ja mal gut der hat mir fast sogar noch geholfen kann man sagen aber jetzt habe ich ein problem ja endlich ruf zu meiner hilfe jetzt brauchen wir erstmal energie alter ist das spannend das gibt es ja gar nicht kann ich untersuchen nehmen so warnung heilkräuter ist immer noch zu wenig aber hier mal mit dietrich mal was aufmachen das ist super das brauche ich jetzt einmal benutzen super obwohl warte mal wir gehen ja noch mal rein ob wir da nicht noch irgendwas vergessen haben der tür hier ja von da kommen wir ist der schrank jedem wird schon richtig sein dass ich hier draußen abbaue wenn er da draußen wieder auftaucht habe ich auch ein problem warum habe ich denn keine munition mehr aber amen lass mich doch einfach nur laufen kommt lauf ins gebäude rein das war es sie sind tot fortsetzen mann 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 was haben wir denn noch an inventar pflanze hier geht es uns ja immer noch nicht perfekt so warum hat er vorhin eigentlich die munition nicht genommen ich habe doch ich habe doch hier noch munition ne flinten munition ist ja also ich habe gar keine patronen mehr keine gute ausgangslage so was ich aber gesehen habe wir können wenn er auf und zu läuft können wir ihn auf jeden fall unterlaufen indem wir space drücken und dann kann man wohl nach vorne die erste hilfe spray das wird uns erstmal vielleicht nur ein bisschen helfen ich habe ja gesagt von vornherein ich bin so lost in dem game und am anfang war das fand ich den typen gar nicht so schlimm weil das war alles so gescriptet aber jetzt mittlerweile geht der typ mir echt auf den sack wir speichern hier auch nochmal speichern ohne munition das war auch nicht gerade clever aber naja was willst du machen ja das war doch mal ein guter move ne wo geht es denn hier rein ah jetzt kommt der da rein oh 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 eckard alter mensch oh verpiss dich wo ist lauf lauf keine mühe hier los kommen ah nicht laufen ah komm hier rein rein komm hier rein er kommt hier auch rein alter so ein wichser ich habe doch gar keine chance gegen den ich glaube jetzt mache ich wieder einen fehler als ich in die falsche richtung laufe ja kann ich mich kann ich mich kann ich mich eigentlich ducken oder so ne ich glaube ich darf auch nicht immer laufen ich bin mir mit dem spüren ah alter Mach die Tür aus. Mensch, was machst du denn da? Ja, los. Oh, immer diese Reflexe. Ah, Bindenmunition. Ich habe auch keine Patronen, das ist die Scheiße. Haben wir das Wander? Pistolenmunition, so. Ah, Mann. Allerdings, geht es mir aber echt auf den Piss hier. Ja, komm, du auch noch mal. So, habe ich noch irgendwas, um eine Energie zu... Nee, Energie ist auch im Arsch. Kann ich denn hier noch irgendwas finden oder so? Das ist ja quasi eine Sackkasse, wenn du es so willst. Also, ich habe keine Energie mehr, ich habe keine Munition mehr. Ich bin am Arsch. Ausrüsten. Oh, er ist schon wieder. Oh, er lässt mich wegstern, die Treppe hoch hier. Los, komm, rein ins Gebäude. Okay, hier. Ja, super, da musst du nämlich auch rein. Los. Oh, jetzt muss ich noch eine Route festlegen. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich kriege das schon hin. Okay, oben ist ja null. Wo wollt ihr hin? Warte mal. Rocksmark. So, was ist denn das da oben? Redstone 01 und die wollen Rocks Park. Du scheiße, wie funktioniert das denn? So, oben ist ja Redstone 01, denn ist ja das der nächste. FA. Was ist das? 97 oder was? Wie weit geht denn das überhaupt? Das ist 4. Hier, Raccoon City 3. So. Das ist 4. rote konnte nicht bestätigt werden bitte erneut versuchen ok r01 und dann fa01 ok uns hier fa01 sind vermute ich mal jetzt da unten gehen fa02 ist das aber dann stück weiter fährt ok dann müssen wir jetzt so r04 hier das ist richtig alles klar dann müssen wir zu sa02 und unten fo02 ach so das ist ja sa01 ok es müsste 0 1 sein es war schon richtig muss kommen ja a04 das ist doch richtig und warum kann er nicht zu sa02 fahren ach so weil ich eine 01 eingegeben habe ok dann machen wir das da anders dann machen wir ganz oben fa04 ja a04 das kann nur 01 oder 02 sein open select station ok dann müssen wir über aber nicht ra04 sondern ra03 probieren wir es mal so ja und dann sa02 was für ein krampf ich dachte das schaffen wir nie komm schnell zur station hurra jetzt können wir nur noch gucken dass wir hier irgendwas aufbrechen oder dass wir noch irgendwas finden so benutzen so benutzen aber merkt noch im ersten teil konnten die leute die gespräche machen jetzt sieht schon wieder anders aus jetzt wird die sache ein bisschen ernster aber dass wir nicht nach hinten kommen wir haben keine munition wir sind echt los sind am arsch aber ganz richtig also richtig am arsch das wir überleben sollten können nur hoffen dass wir hier irgendwo noch was finden ja hier waren wir schon drinnen genau hier ist die schrotflinte super die können wir jetzt gut gebrauchen jawoll dafür haben wir jetzt auch erstmal gute munition hier können wir nochmal mit dietrich ein bisschen rumfummeln ja erst hilfe spree dann können wir uns jetzt erstmal energie wieder besorgen ach sehr gut alles klar und ich würde sogar sagen ausrüsten ja ist hier nur irgendwo was zum einsammeln ist hier nur irgendwo was zum einsammeln ne ok da komm ich ja her also übliche aber schön nachladen ne frau valentine für uns ja wir sind wie komme ich denn zu dieser blöden station nochmal hier Karte Apotheke komplett durchsucht so zur U-Bahn station hier zurück dass der donau laden donut laden donau laden man das spiel macht mich echt kaputt so wir sind jetzt oh gott das ist aber übel das heißt wir müssen raus und dann hier über die feuerleiter ob ich mir das merken kann wir versuchen es mal wenn ich wieder der fette dazwischen kommt mal kurz gucken bevor er um die ecke kommt das müsste richtig sein müssen wir gleich hier rein hier war der tresor ich habe gedacht dass hier nur mal irgendwas mit einer kette ist oder so ist aber leider nicht oder können wir den tresor auch so nee der war nur mit zahlen kombination jetzt gucken wir mal hier darunter ja es müsste richtig sein jetzt hier lang ist klar und die u-bahn station wenn wir da sind müssen wir dann hier lang alter wie schon wieder so lost weil mensch verpiss dich so jetzt müssen wir jetzt sind wir hier jetzt müsste ich die leiter runter ich habe die leiter runter gehe ist er wieder da so ich gucke drück mal m ich hoffe dass dann das spiel stehen bleibt okay hier entfernen wir uns müssen eigentlich in die andere richtung wir müssen hier rein wir müssen hier rein oh man das versuche ich doch gerade du nase so ist die u-bahn station ist doch richtig jetzt hier runter jetzt ist natürlich wieder die karte ist die spiegel verkehrt oder nicht so warte mal welche richtung ist das jetzt das hier richtig ich glaube hier kommen wir zur u-bahn station halt dass das ein krampf mal kurz gucken bevor er ankommt dass die u-bahn station und nein ich höre ihn schon wieder so wo sind wir denn hier jetzt sind wir hier in der schaltzentrale das ist doch für ein arsch ich jetzt rausgehe hängt er doch da wieder rum so nochmal gucken alles klar hier ist die u-bahn station und hier muss irgendwie eine tür sein das heißt gerade außen und irgendwo links da sind wir durchgelaufen das war falsch hier muss ja von der tür sein okay das geht auch das wusste ich gar nicht so wenn ich jetzt m drücke dann lauft wieder in die falsche richtung wie komme ich zu sagen scheiß u-bahn station ich bin sowas von lost gehe ich hier nochmal rein total falsch egal so haben wir denn irgendwas für die energie natürlich nicht okay dann lande wenigstens nach unsere letzte munition so wir gucken nochmal genau nach ich bin jetzt hier genau also wir haben jetzt gelernt wenn wir ihn anschießen drei vier schuss oder so wenn wir ihn mal zum stehen bringen aber das bringt ja auch nichts so 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 u-bahn station ort wechseln können wir denn kein punkt markieren das stört mich so ein bisschen hier geht's dir hier geht's ja hier geht's ja gleich sind gleich können wir wieder von vorne anfangen Er wacht wieder. Ah, Alter. Habe ich mich erschrocken. Mann, Mann, Mann. Das war's gleich, Freunde. Und wir spielen hier auf leichtes, leichteste Stufe. Und ich, ich komme nicht klar. Mann, 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 Mann. Ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wir hier ein bisschen stoppen können. Okay. Und die Schrotflinte denn überhaupt schon? Ne, die bekommen wir jetzt erst, ne? Oh, Mann, Mann, Mann. Das muss man erst mal sacken lassen. Ja, hier war, glaube ich, die Schrotflinte drin. Ja. So, komm her, mach auf. Alles klar, Schrotflinte. Gesundheitsspray. Super. Sieht nur unsere Gesundheit aus. Warnung. Ich habe ja mal gedacht, dass das Gesundheitsspray, dass man das zweimal benutzen kann. Dass das früher so war bei Resident Evil, beim allerersten Teil. Aber da scheine ich mich wohl zu täuschen. So, haben wir den jetzt hier schon ausgerüstet? Das mache ich immer wieder falsch. Okay, dann geht's mit Kopfschlern. Nachladen. So, noch mal. Immer schön nachladen. Hey. Entweder läuft der Fernsehrradio oder irgendwer labert. Ach ne, Radio. Kommen wir nicht weiter. Irgendwie zuerst schauen. Ach so, ja, genau. Da waren wir letztes Mal auch schon. Okay. Hier sind wir letztes Mal auch, glaube ich, gar nicht lang gelaufen. Alter Schwede. Krieg aber schnell erholt. Hier können wir wieder zwischenspeichern, aber sonst nix machen. Ich weiß immer nicht, ob das so richtig ist, mit dem Speichern. Ich muss zur Stationswerk. Ich muss zur Stationswerk. Ich muss zur Stationswerk. Ich weiß nicht, ob das hier richtig oder falsch ist. Schuss. So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. falsch schön nachladen weil er wird nämlich gleich wach als sie was wir bei ihm immer zerstören ist die mechanik hier ist eine sackkasse ich weiß nicht warum ich nie mehr zurückkomme ich komme auch mit der karte überhaupt nicht klar ich habe nichts mehr werde wieder verrecken weil ich so blöd bin den weg zu finden ich ja 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 Was ist das? gut wenn er mich mal zufrieden lassen würde ja Ich habe mir doch eine Chance, ich spiele da auf easy. Ach! so sie haben es glaube ich geschafft was für eine hektik so setzen wir mal ein den roten kristall wo eine granate schön müssen erstmal gucken was haben wir denn hier schönes sechs schuss flinten munition doch ist ausgerüstet dann laden wir erst mal nach so den können wir jetzt auch machen mit dietrich munition sehr gut hier noch irgendwas schießpulver sehr gut grüne pflanzen sehr gut alles was wir die ganze zeit gebraucht hätten so kombinieren mit jawohl dann benutzen gesund super jetzt hier runter wir sind wieder eine u-bahnstation das hat ja gedauert man 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 aber wir brauchen noch 30 bis 40 minuten kommt da wieder rein der große die stadt wimmelt von diesen freaks keiner kann sich hier raus kämpfen warum ist sie hier sie hilft die bahn zu aktivieren schlechte zeit ballast mit zu schleppen freund sie ist schwach schießt nicht wenn es darauf ankommt wir machen mal halb lang sie wird ein tod sein das ist ja nett alter ich habe die bahn wieder an gang gebracht man 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 ach komm schon nicht schon wieder er ist hinter mir her ich verschaffe euch zeit warte 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 nein komm schon so verdammt ah 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 man aus mir dann immer so auf die mütze ah 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 Mann, hau ab. Verpiss dich. Oh Mann, ich dachte ich kann ausweichen. Ich hab die ganze Zeit geflohen. Prima. Alter, das hätte ich nicht gedacht, dass ich da nochmal wegkomme. Super, ich hoffe die kriegt da nicht auf. Okay, hier können wir erstmal abspeichern. Super. Karte. Karte der Kanalisation. Perfekt. Okay, hier können wir erstmal kombinieren. Wir können die Objekte mit ihren Zweck erfüllt haben und ein Symbol dran wegwerfen. Okay. Hm, hat ein Symbol, aber wir brauchen doch bestimmt irgendwann nochmal diese Zange, oder? So, hier ist doch nochmal Erste-Hilfe-Spray. Warum nimmt sie das nicht? Oder hat sie es schon genommen? Okay, eine Dose haben wir. Pistolen-Munition, sehr gut. Jetzt haben wir hier Flint-Munition, auch gut. Gleich mal nachladen. Speichern ist ganz wichtig. Jawoll. Und jetzt gucken wir uns mal die Kanalisation an. Da stinkt es doch bestimmt auch wieder so übel. Komm ich da irgendwie rein? Das Büro. Sturmgewehr-Munition, das ist auch gut. Ich muss aber sagen, die Schrotflinte gefällt mir bis jetzt ganz gut. Was war das? Wir probieren was hier mit mal. Ne. Das ist auch mal eine Stromquelle. Wahrscheinlich irgendeine Batterie oder so. Ja, jetzt muss ich hier in den Moloch hier runter. Ja. Ja. Oh Gott. Die Klamotten muss sich verbrennen. Auch geil, die Klamotten muss sich verbrennen. Ach geil, die Klamotten muss sich verbrennen, ne. Die Klamotten muss sich verbrennen. Immer schön nachladen. Gehen. Wie, wie, Laser und Charlie den Dorf. Ja. So, jetzt müssen wir die Jetzt haben wir keine Munition mehr Das heißt, wir müssen hiermit ausrüsten Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr von Wandgranaten Die sind auch neu Wollen wir mal reingehen Alles klar Ah, da ist der Akku, alles klar, super Den Akku brauchen wir ja da hinten für die Tür Inventar ist voll Irgendwas müssen wir uns trennen, aber von was Ah, kommen wir Können wir Schießpulver nochmal Drei Handgranaten Ich will nochmal gucken, ob ich hier was anderes finde Hochwertige Schießpulver Das kann ich auch nicht nehmen Dann machen wir nochmal die Tür auf hier Jawohl Sprengstoff Oh Schießpulver Ein Liebesbrief Na super Wollen keine Liebesbriefe lesen Grüne Pflanze So Hier haben wir schon mal kombiniert Sieht's ja mit meiner Gesundheit aus Sieht gut aus Sonst hätte ich der Spremer benutzt Also ich würde ja dafür Also Munition können wir nicht wegschmeißen Ganz klar Messer brauchen wir Die Zange hat zwar so ein Zeichen Aber warum sollen wir die wegschmeißen? Da wird doch irgendwann nochmal eine Zange kommen, oder? Obwohl, die haben ja gesagt Es kommt irgendwann das Zeichen, dass man's nicht mehr braucht Ja Schmeiß mal die weg Würde mir bestimmt irgendwann nochmal leid tun, aber So Sprengstoff Mann Irgendwas muss ich weghauen Warte mal Das kann ich schon mal kombinieren Jo Gucken, ob das reicht Äh Akku, genau Der Akku, der braucht mehr Position Ich schmeiß das Wässer weg Vielleicht ist es ja selten dämlich, aber Ne Schnellzugriff Kombinieren Untersuchen Ausrüsten Ich kann's gar nicht wegschmeißen Werfen wir die Brandbomben weg Nicht anders Machen wir hier mal Platz Akku aufgenommen Ist denn nachge... haben wir denn Nachgeladen Ja, wieder eine Matsch runter Das ist ja Nicht so schön, aber egal Schlimmeres Wer wäre es ganz lieb, wollte gerade sagen Wer wäre es ganz lieb, wenn man nicht auf die Fliecher treffen würde Wird wahrscheinlich wie vorhin auch noch ein zweites kommt Oder haben wir Glück Okay, jetzt sieht's böser aus Jetzt müssen wir Wechseln Was haben wir denn noch? Ah, Pistole Ah Lass mich los Oh Mann War der in den Sprengstoff schon? Ah, ne Die Batterie, ja, haben wir schon So, jetzt müssen wir mal gucken Ich würd sagen Wir nehmen gleich die Pistole Gleich nachladen Ich hoffe, dass die Pistole überhaupt was ausrichtet Gegen diese blöden Viecher Aber man kann ja auch ausweichen, genau Das kann ja auch eine gute Strategie sein Oh, hier waren wir auch noch nicht Oh, Granatwerfer Ich auch nice Können wir hier erstmal speichern So, den Granatwerfer, der ist zwar ganz nett Aber Ich weiß nicht, was wir hier reinpacken könnten Oder was wir nicht brauchen Aber wie sieht's überhaupt aus, inventarmäßig Gesund bin ich? Ne Ich glaub, wir lassen das erstmal mit dem Granatwerfer Ist auch der Sprengstoff, der ist bestimmt für den Granatwerfer Sonst noch hier irgendwas Denn dann Ey, schau kings Okay Oh, Peuir Das steht Lege Lege cuc Musik ? Varm das ton ist zwar nicht ganz so effektiv bei denen aber egal aber super hier kümmert ja hinüber jetzt können wir erstmal schön nach oben und die batterie einsetzen damit die eine tür aufgeht erstmal nachladen bevor ihr noch ein zombie kommt dann mal rein in die gute stube ist auf jeden fall platt hier brauchen wir müssen wir die nächste batterie finden um da rein zu kommen das ist ein bisschen schade finde wir finden ja irgendwie keine munition achso ok und da kommen wir ja theoretisch ok hier fehlt auch eine batterie nachgeladen haben wir so hier sind wir wieder am anfang was würde ich das so behaupten oder oder sieht das nur so aus wie der anfang da war doch dieses eine büro wo wir dran lang gelaufen sind gucken wir mal weiter das ist der anfang da ist wieder zurück und weiter suchen hoch die leiter hier fehlt die batterie hier haben wir den fisch kaputt gemacht oder was auch immer das ist und haben auch alles durchsucht hier wir können jetzt theoretisch einmal hier lang gehen da ist hier die tür wo wir reingegangen sind jetzt glaube ich dasselbe ne genau ich jetzt genau da ist die gelbe tür aber mich wundert es dass hier nicht mehr ist ja wir haben hier keine batterie kann ich die vielleicht ah ich hab ne idee kann ich die batterie da vielleicht rausnehmen äh den akku mach ich ja dann hier durch und dann können wir den da einsetzen jawohl ich bin ein genie und nimmt er den ja nicht ach doch jetzt ich bewundert warum sollte er das nicht machen so was haben wir denn hier eine gürteltasche das ist ja geil genau das kann ich gebrauchen super ich wieder was tragen mehr tragen ja nicht immer komische bewegungen machen schießpulver es gibt aber noch eine tür doch noch eine tür gefunden wo die nochmal war da ging es runter da ging es wieder zum anfang ja hier war auf jeden fall noch eine zweite tür wir kommen wir vom anfang ne die wird auch zu sein wir haben doch noch eine andere tür gesehen hier haben wir aufgemacht hier haben wir aufgemacht hier haben wir aufgemacht wir können hier trotzdem mal runter gehen ja dann kommen wir ja hier zu der anfangstür wo der akku eingesetzt werden muss gucken wo waren wir denn noch gar nicht ja ok hier hinten ist noch eine tür die zu rot ist wo wir noch nicht waren wobei ich auch denke das ist hier der anfang oder ne das ist die tür die jetzt zu ist sagt er hier auch an ja genau die ist ja jetzt verschlossen das ist die wache unten unten ist noch muss noch eine tür sein wo wir noch nicht waren das heißt wir gehen noch mal zurück genau hinten links gucken wir mal hier ist das büro müssen wir nicht hier irgendwas machen können irgendwas auslösen sprengstoff nochmal speichern ne ist auch zu wenig platz nein lassen wir den da egal wir den granatwerfer da lassen dann können wir auch äh den sprengstoff wegwerfen mal wieder platz im inventar mal wieder platz im inventar das müssen wir uns mal merken das müssen wir uns mal merken das müssen wir uns mal merken quasi genau hier lang gehen und statt da lang geht es hier lang und verträgt aber auch ordentlich so und wo ist das hier waren wir noch gar nicht mal hier lang flinten munition mal gut dass ich den sprengstoff weg geworfen habe jetzt müsste ich hier noch mal wo wir hier gelandet sind ach hier waren wir auch schon drin warum zeigt er mir das rot an und wir waren da noch nicht da hell drin dringstoff brauchen wir nicht so merkwürdig dann gehen wir wieder raus labor labor ein weg nach draußen finden ist die option ok dann können wir hier oben ist der leiter quasi hier das ist ja meiner meinung nach rechts abbiegen hier lang hier lang hier lang hier ist die kiste genau die sau eingezeichnet hier ist noch ein notizbuch aber war hier nicht eine leiter abgebildet komisch jetzt zeigt mir hier eine leiter an aber wenn es nur noch darum geht rauszukommen ich glaube dann können wir auch um wieder lang vorhin hergekommen sind so weit ist doch das labor ja das labor da können wir wieder raus so jetzt gucken aber doch mal auf die karte das macht uns sicherer jawohl ja 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 Da geht es wieder runter. Dann werden wir die Leiter nochmal nehmen. Oh, verzwickt hier. Ah. Das Problem ist, was ich so habe, dass wir hier schon überall waren. So, das ist der Anfang. Hier hat sie alles zugemacht und will wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Labor, Büro. Okay, wir sind gerade hier. Dann würde ich doch sagen, wir versuchen mal hier, wo die rote Tür ist, reinzukommen. Jo, also. Gerade aus. Links. Rechts. Da an die Leiter ran. So. Können wir hier lang. Dann ist da wieder eine Leiter. Ich vermute auch, wir müssen hier irgendwie lang. Was ist denn hier mit eigentlich, kommen wir hier hoch? Ne. Wenn es oben nicht lang geht, kann es ja nur unten lang gehen. Ich finde die Musik, die hört sich so an, als wenn hier irgendwas ist, was ich aktivieren muss, was ich einschalten muss. Hier ist aber nur eine Kiste, hier kann ich nur speichern, hier ist nochmal der Granatwerfer, den wir nicht haben wollen. Ist hier noch irgendwas? Ne. Also können wir uns gleich mal merken, das Büro muss noch nicht mal rein. So. Gehen wir hier nochmal lang. Das zieht sich aber auf. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir zum Labor, hier ist eine Treppe eingezeichnet, die aber nicht da ist. Also gehen wir mal in die Richtung. Hier ist wieder das Labor. Können wir hier nochmal gucken, aber hier können wir ja auch nichts machen. Oder können wir hier irgendwas aktivieren? Haben wir irgendwas übersehen? Brennstoff brauchen wir nicht. Das sieht aus wie eine Tür, können wir nicht durch. Dann kann ich euch ehrlich sagen, der bleibt für mich nur noch der andere Weg. Und zwar der hier oben. So. Der ist, das ist doch mal eine reine Sackkasse. Hier soll angeblich eine Leiter sein. Wenn man sich mal die Karte anguckt. Oder Ach nee, die ist ja wahrscheinlich dahinter. Wie viel unten gibt es denn eigentlich? Okay, dann ist das hier auch nicht richtig. Mann, 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 Mann. Also, dass wir so lost sind, unglaublich. Wenn wir hier nochmal die Batterie einsetzen. Dann kommt bei dir auf jeden Fall los. Irgendwie auch ein seltsamer Raum hier, ne? Da waren wir auch schon drin. Da gibt es ja auch keine Leiter, die irgendwie da unten ins Innere führt. Ich weiß nicht, aber ich würde mal los. Und das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Du. Und bitte. Und dann, wenn du auch noch mal geht's. Du musst halt also etwas mit dem Schlitten. Du kannst das bei dir nicht. Und du hast du ja selbst. So, die Tür haben wir rechts auch schon gehabt. Haben wir auch nichts gefunden. Okay. Gehen wir hier nochmal rein. Aber im Endeffekt ist das auch Blödsinn, weil da waren wir ja auch schon. Nein, hoch! Oh. Oh. Ja, und das ist jetzt die Leiter, die ich gesehen habe da hinten, ne? Die hier. So, da kann ich reinrutschen. So, das ist der Anfang. So, wir suchen mal weiter. Die Batterie eigentlich noch? Ne. So, die nehmen wir nochmal mit hier. Ach, die haben wir bisher hier gar nicht. Gehen wir mal nach oben. Gucken wir mal, ob die... Hier haben wir die Batterie, die nehmen wir jetzt nochmal mit. So, komm mit, Batterie. Hier nochmal nach unten klettern. Nachladen brauchen wir nicht. Alles gut. So, hier haben wir auch alles abgegrast. Wir können trotzdem hier nochmal kurz gucken. Schießpulver, sehr gut. Okay. Können wir mal verbinden. Schießpulver, kombinieren mit Schießpulver, kommt Pistolenmunition raus. Aber hier ist auch nichts. So, dann sind wir quasi hier. Was mich nur wundert, das Büro leuchtet, das Büro leuchtet rot auf, obwohl wir da drin sind. Und das Labor auch. Okay, dann laufen wir hier nochmal lang. Gehen wir mal nach oben. So, hier war ja, das war ja auch nur ein Raum, ne? Ja, das war quasi... Genau. So, der müsste jetzt zu sein. Sehr gut. Da haben wir ja die Batterie rausgenommen. Muss hier irgendwo am Ende noch eine Leiter sein. Muss dann wahrscheinlich nochmal runter. Jo, die nehmen wir nochmal. Dann setzen wir hier nochmal die Batterie rein. Tür auf. Und wir sind draußen. Passt, glaube ich, ja. Super. Die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Okay. Wenn ich es schaffe. Alter, nein. Mann, ey. Das hat er sogar einen Flamme-Werfer. Richtig. Na, der ist schon mega intelligent, der Typ, ne? Ja, komm. Ja, komm. Ah. Ich finde eigentlich aufgepasst. Scheiße. Ich muss hier raus. Schnell. Scheiße. Jetzt verkehlt der da unten die Butze ab. Der ist doch bestimmt wieder viel schneller als ich. Alter Schwede. Ich hoffe, das ist hier der richtige Weg. Ich hoffe, die können mich da oben mit dem Hubschrauber abholen, oder so. Oh, scheiße. Mann, Mädel. Das war ein Pech. So, hier können wir wieder abspeichern. Sehr gut. Okay. Das ist zu lesen. Okay, schnell hoch. Keine Zeit zum Lesen. Alter. Die Kreatur besiegen. Ihr seid ja lustig. Und wir laufen jetzt erstmal hier rum. Und wir laufen jetzt erstmal hier rum. Oh, das kommt schon wieder. Komm, um die Ecke. Kann ich deinen Tamm teilen? Ich bin ja lustig. Äh. Ja. So, ausrüsten. Alter, scheiße. Ah. Jetzt aber weg hier. Ah, wenn der eine einmal hat. Dann ist es vorbei. Ah. So, folgendes. Wir drücken jetzt mal I. Wir nutzen das Spree. Dann können wir wieder laufen. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Wie geil ist das denn? Ich glaube, der Typ müsste hinüber sein, oder? Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Boah. Wie kommt das eigentlich, dass wir den auf einmal besiegen können? Das finde ich ja faszinierend. Ja, ich spiele nicht die Heldin. Und dann... Ach, Gesundheit ist in Ordnung. Okay. Wollte ich gerade sagen. So, erstmal nachladen. Jo. Aber Pech haben, taucht er wieder auf. Hier, Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß, und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Die U-Bahn-Station zurückkehren, okay. Das wird ja wieder... ...zehn Jahre dauern bei mir, bis ich den Weg wieder finde. So, und gucken wir mal. Hier. Wir sind hier. Hier kommen wir nicht lang. Und dann hab ich hier mal wieder was übersehen. Hier kann ich hoch, wenn wir vorhin schon fast gedacht. Zombies laufen hier jetzt aber immer noch rum. Also ist das keine Gottheit, der da gestorben ist. Ist auch schon mal ganz gut zu wissen. So, weg mit euch. Da war ich wieder zu mutig. Okay, dann können wir mal gucken, ob wir hier noch was zu looten haben. Dann zieht nämlich die Munition schlecht aus. Aber hier müssen wir nicht lang, oder? Sprengstoff, okay. Ich bin hier geklopft, dem. Das bin ich selber, der E-E-A-Log. Halbautomatische Laufflinte. Okay. Können wir den an die Flinte dranbauen? Kombinieren. Jo. Ausrüsten. Prima. Achso, Gesundheit wollte ich hier mal gucken. Gesund ist alles grün, okay. Jo. Hier haben wir einfach mal schön Munition gesammelt. Schießpulver. Alter. Boah, bist du wahnsinnig. Gut, das ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt. Hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Wunder. Gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts. Es ist nur... nur schlechtes Timing. Da hat doch einer dringend gehustet. Ich hoffe, das ist nicht seine Frau, oder? Hör zu, ähm... Sorg dich nicht um mich. Ich bin schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffensteuer. Schmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das... Das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Wenn du... Wenn ich vorne im Laden bin, ist... Wo soll ich die Ladentür nehmen? Da ist der Schlüssel. Habe ich das richtig verstanden? Schlüssel habe ich auch eingesammelt. Aber wir gucken jetzt hier nochmal weiter. Ach, der ist mit seiner Tochter da drin. So, das ist klar. Hier kann man nicht weiter. Guck mal, ob wir hier reinkommen. Hier kann man nichts machen. Hier ist noch eine Kiste. Hochwertige Schießpulver. Wollen wir nicht zwei hochwertige? Doch. Kombinieren. Jo, super. Alles klar. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Ah, hier ist ja der Schlüssel abgeschlossen. Sehr gut. Macht euch weg hier. Scheiß Zombies. Alter. Wir können einmal raus. Wir können aber auch nach oben. Guck erstmal nach oben, ob ich da noch was einsammeln kann. Okay, hier ist was zu lesen. Ah, hier ist ein... Hier können wir wieder unseren Dietrich benutzen. Jo. Explosionsgranaten. Nehmen wir mal mit, wir haben zwar keinen Granatwerfer, aber okay, geil. So, dann vorne zur Tür raus. Alter. Oh nein. Oh nein. Das war mir doch schon fast wieder. Ein Raketenwerfer? Warum ist denn der Typ eigentlich tot zu kriegen? Alter. Mann, Mann, Mann. Ich krieg mir ja Draht aus und rück's sich. Alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ich auch. Oh Mann. Bin ich jetzt tot oder schaffe ich es noch? So, zur U-Bahn. Das war nur eine weiße Tür. Ich glaube, wir müssen hier erstmal lang. Wahrscheinlich, um da wegzukommen. So, wir schauen mal. So, komm, grünes Zeug nehmen. Können sie wieder besser laufen. Chill. Noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und füllen direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. So, wir müssen drauf achten, dass ich es richtig gesehen habe. Da oben muss eine weiße Tür sein. Die habe ich vorhin nämlich schon fast übersehen. Ich bin extra rückwärts gegangen, weil ich dachte, das wären Animationen oder so. Oh, ich bin extra rückwärts. Das war jetzt. So müssen wir gucken, dass wir diese weiße Tür finden. Da ist sie. Da geht sie in die U-Bahn-Station. Die habe ich vorhin besucht. Und auch dann letztendlich gefunden. Hey, alles klar? Los, los! Komm, vergiss ihn einfach! Oh ja, der verliert wie rumst du da draußen. Komm schon, nichts will raus hier. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Das ist ja nice. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos Teirel, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Barth finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, gebe euch vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt, um Carlos zurückzukommen. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfangt! So, ich vermute mal, dass wir jetzt Carlos weiterspielen, oder? Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtisch-Täter wie Barth noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich von deinen Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tod verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Oh. Oh, oh. Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein! Lass es! Komm! Hier lang! Nicole, was machst du? Wer ist nicht hinter mir, Herr? Alter, so ein Arschloch. Von meinem Zug, Rex-Kerrl! Oh. Ah, gehen die Lichter aus? Das hab ich mir schon fast gedacht. Ja, ich mich getäuscht. Wir spielen nicht Carlos. Es ist eine Weile her. Oh, der hat doch... Die Ruhr müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ganz sicher. Wem das Video gefallen hat, der gibt gerne mal einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil.